Das ist eine Männerstaffel so, weißt du? Das ist schon... Das müssen wir reißen. Da müssen auch dabei sein. Weißt du, es gibt zwei Gewinner, also es müssen auch zwei Männer gewinnen. Ja, hallo, wir haben 19 Jahre und mussten die Männer warten. Jetzt können sie zweimal gewinnen, oder? Wir haben ja keine hohen Schuhe zum Beispiel. Wobei, habt ihr hohe Schuhe, habt ihr immer geübt? Nein, ich bin hohe Schuhe. Wenn ich mit hohen Schuhen laufe und mein Gesicht landet auf dem Boden... Ihr müsst doch üben! Alleine für die Dragqueen-Folge, die kommt ja 100 pro. Ja, ja, eigentlich sagt man ja, Übung macht den Meister. Aber auch meine weiblichen Models haben so ihre Probleme mit ihren Schuhen. Hoppala, hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala. Ups, ups! Upsi. Ups! Humpelhumpel. Oh, 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 oh. Sorry, ich habe komplett die falschen Schuhe an. Alles okay bei dir, Elena? Ja, ich bin so aufgelegt. Ich habe meine Füße gar nicht mehr gefühlt durch die ganze Aufregung. Sorry. Ihr seid so aufgeregt, dass es in die Füße geht? Bei mir klappt es schon. Hast du einen Krampf im Fuß? Die sind eingefroren? Einfach eingeschlafen. Echt? Ihr braucht gar nicht so aufgeregt zu sein. Ich beiße euch nicht. Ich bin auch gar nicht so gemein. Hoffe ich wenigstens. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich konnte mich gar nicht auf euch konzentrieren, weil ich Angst hatte wegen dir da hinten, Elena. Gehts jetzt wieder? Wollt ihr alle wieder nach hinten gehen und den Morg noch mal machen? Gehts wieder? Ich kanns versuchen. Mit den Schuhen. Jetzt schaffen wir das, oder? Die Zähne beißen und kommt nach vorne. Und yes. Hoppala. Wupsi, wups, wups. Oh, das tut mir so leid. Dabei sind die noch mal gar nicht so hoch. Zeig mal von der Seite. Was hast du denn für eine Schuhgröße? 41. Möchtest du meine anziehen? Ja. Okay. Vielleicht kannst du in meinen besser laufen. Das kann, also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dir auch unangenehm? Nee, auf gar keinen Fall. Weil ich hab auch vielleicht ein kleines bisschen da reingeschwitzt. Vielleicht gehts auf meinen besser. Okay. Weil das war schon, uh. Ja, oh Gott. Rein mit dir. Ich hab auch 41. Vielleicht hattest du keinen Platz da drin. Ja mal. Auf ihr auf. Ja, das ist... Oh, nee. Vielleicht bist du einfach ein bisschen zu aufgeregt heute. Aber ich muss euch schon so ein kleines bisschen walken sehen auch, ne? Okay, stell dich wieder zu den anderen. Ich wieder in mein Latschen rein. Ist leider unser Handwerk, ne? Ja. Wir müssen leider auf diesen hohen Schuh laufen können, so ein kleines bisschen, ne? Ich muss sagen, du konntest mir das leider heute nicht zeigen. Es tut mir echt leid. Danke, dass du hier gewesen bist. Danke. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Und für euch leider auch. Es tut mir leid. Ist ein Nein. Danke schön, dass ihr da gewesen seid. Danke euch. Ein sicherer Walk ist eben das A und O. Auch Bella hat ganz schön Respekt davor. Aber ganz ehrlich, ich kann hier am besten walken. Aber nein, actually, you ate them. I think I can walk well. Ja. Es sind schon gute Leute hier, aber für meine ist schon Chefs Fiss. Ja. Manche stelle ich mit Mera. Geil. Ja. Meine Schaufen sind gut. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich auf den Teller bringe, what I bring to the table. Ich finde, mein Walk ist gut. Ich finde sogar, der ist besser als bei den einigen anderen. Ich finde halt einfach, dass bei den manchen sieht es doch ein bisschen so steif aus. Aber ich finde halt einfach, dass sich mein Körper schön bewegt. Ich meine, die sind alle wunderschön hier auf ihre eigene Art und Weise. Aber ich finde trotzdem, dass ich... Ich finde, ich kann schon gut walken. Und ich bin ja nicht umsonst die German Cat wie German, na? Let's go! Meine Krallen werden schon langsam ausgefahren. So, ihr könnt von mir noch viel erwarten. Weil ich weiß einfach, dass ich weiterkomme. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Jeremy's Next Topmodel und hast keine Lust mehr irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Jan anzusehen. Dann klicken hier und dann klicken hier auf Jan. Dann klicken hier auf Jan. Dann klicken hier auf Jan. Dann klicken Sie mal. Du sch з